Schönen guten Abend. Wir sind die Beachpans aus Schwäbischmünn. Und wir haben uns als Weltpremiere überlegt, was brauchen wir für eine gute Premiere. Habt ihr auch Bock auf Reggae? Und ein bisschen Scar. Auf jeden Fall brauchen wir erstmal einen fetten Drumbeat. Auf dem Drumbeat kommen wir jetzt mal ein straighter Offbeat. Das ist nicht leicht in jedem Fall. Wir lassen noch ein bisschen Peace. Da war eine fette Blubberhunde. Ah. Dann fängt noch eine Prise Sachsefunk. Torpeter. So einfach. So einfach einen perfekten Rate. Was ist richtig schön beim Reggae? Ah. Jetzt machen wir ein bisschen Bass. Okay, wenn ihr bestimmt alle wisst, es gibt ja verschiedene Arten von Reggae. Jetzt wollen wir herausfinden, welche Art von Reggae euch am meisten gefällt. Wir fangen mal an mit einem Scar. Scar? Okay, das war's gar. Wer von euch macht's gar? Ja. Okay, das war's gar. Wer von euch macht's gar? Und dann gibt's noch mal was, du bist heutzutage sehr brech verbreitet auf der Welt, ich war immer mit der Maika. Mag hier jemanden Darmzog? Ah, okay, dann spielen wir jetzt mal ein bisschen Darmzog. Nils, gib uns einen Darmzog! Okay, wer macht Darmzog hier? Ah, wie ist das? Da gibt's noch ein ganz wichtiges Wort vom Reggae, was auch, wenn ihr mal vorkommt, werdet ihr auch oft hören. Das heißt, Rugga oder Mix, das zeigen wir euch jetzt auch mal. Mixing! 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 Gefallen euch das auch? Ja! Ah, wüsstest. Haben wir noch was vergessen? Ja. Ja, ich glaube nicht, ich glaube wir haben alles. Okay, von allem werden wir euch jetzt ein bisschen was vorspielen. Seid ihr alle fit? Ja gut, das wäre nicht gut, wenn ihr alle fit seid. Dann kommt alle mal, steht mal ein bisschen auf und kommt zu uns vorne an die Bühne, dann können wir alle zusammen eine Runde tanzen. Ihr habt nämlich sogar ein Funk-Mikrofon, das heißt, ihr könnt auch mal zu euch runterkommen. Aufstehen, aufstehen, aufstehen! Ja, ein bisschen Licht, dass man sieht, wer da so alles sitzt. Ah, hallo! Auch die ganz oben können runterkommen. Okay. Dann sag ich jetzt mal auch ein sehr beliebtes Wort. Finish! In der Weltpremiere, unser neues Intro. In der Weltpremiere, unser neues Intro!